Die Messe Düsseldorf ist unerwartet gut durch das turnusbedingt eigentlich schwache Messejahr 2013 gekommen. Das Unternehmen erzielte am Jahresende einen Überschuss von 6,8 Millionen Euro. Der Umsatz des Konzerns lag am Ende sogar über dem Plan. Das heißt, das sind schon fast 5 Prozent, die wir erreicht haben. Es lag daran, dass wir erstmal sehr kostengünstig bei uns natürlich im Unternehmen gewirtschaftet haben. Darüber hinaus war es, dass wir bedeutend bessere Buchungen hatten, als man die im Vorfeld ersehen kann. Keiner weiß, wie das Geschäft sich, sagen wir mal, so direkt entwickelt. Und es kam noch eins hinzu, wir hatten noch bedeutend bessere Besucher noch bekommen, viel mehr aus dem Ausland. Und wenn man das dann alles so zusammenrechnete, war es einfach ein schönes und gutes Ergebnis. Die Hälfte des Überschusses, so der Geschäftsführer auf der Bilanzpressekonferenz, wird die Messe Düsseldorf an die Gesellschafter ausschütten. Also hauptsächlich an die Stadt Düsseldorf und zum Beispiel an eine Beteiligungsgesellschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. Für 2014 ist weiteres Wachstum geplant. Vor allem das Auslandsgeschäft soll stetig ausgebaut werden. Hauptziele sind Russland, China, mittlerweile Indien, Indonesien, wo wir sehr, sehr stark tätig sind. Jetzt neue Projekte auch mal in den USA. Der Messemarkt ist an für sich vergeben. Aber da gibt es ganz spezielle Kongresse mit kleineren Ausstellungen, die diesen Markt auch bedienen können. Also da sind wir sehr umtriebig. Im Endeffekt ist die Messe Düsseldorf auf allen fünf Kontinenten aktiv. Für 2014 peilt die Messe Düsseldorf einen Umsatz von 400 Millionen Euro an. Mit etwas Glück, so Dornscheid, sogar etwas mehr. Das wäre eine Steigerung für den Konzern und das nachhaltig und weiterhin komplett subventionsfrei.